Wie seid ihr denn gastronomisch gewappnet für den Ansturm der Massen? Gastronomisch gewappnet sieht so aus. Also, das ist alles, kann kommen, wer will. Ringe sind ab. Wie viele tausend Würste habt ihr denn im Anschlag? Ich glaube, 10.000 Würstchen im Anschlag. Das ist gut. Ja, wir bieten zunächst erstmal ein ganz fantastisches Wetter für einen wirklich super Spätsommertag im August. Ganz leichte Bewölkung, etwa 3 bis 4 Achtel, Cumulusbewölkung. Sieht man so schön, das ideale Wetter zum Segelfliegen, aber natürlich auch das ideale Wetter, um hier einen schönen Tag auf dem Flugplatz zu verbringen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 I'm the one who left this place, maybe Sometimes when the memories return It's hard to see the failures burn What did I expect when I tried to find the seed I betrayed myself and surely forgot about the creed But it goes of my own roots Curses all my plans and deeds And all these days Curses all my plans We have the worldmaster in looping flying He has now for a few weeks in Waldorf On the parking lot We have over 300 loopings I don't know what for a time That means, 300 times And around loopings He flew out I don't know what to do But he did it And he shows us today With his jacket Some of his artworks He has on it And that is certainly spectacular I said everybody saved my life And I tried to forget about the mistakes I made of my life Now I understand This film was written with a happy ending I'm not so weak I'm just a freak out Celebrate the day when you die This could be my day This could be my day This could be my day Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017